Es war nicht einfach heute. Nein, nein. Ich muss sagen, vier verschiedene Dinge, für Scheibster zu zusammenfassen. Aber er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Und wir hören es, schau wir? Und jetzt... Die FM4-Morningshow. Check 1, 2. Scheibster's Daily Rap-Up. Meine Frau hat einen Endfall gehabt und hat dazu gesagt... Guten Morgen, mein Schneckerl, wie geht es dir heute? Ein Kaffee-Tscherl, ein Semmel zum Frühstück vielleicht jeden Tag? Liegen wir zwei gemeinsam am Sofa? Ist nicht alles so schlecht an Corona? Wie geht es dir heute? Warum redest du nix? So viele Themen, über die jeder spricht. Sag, was du denkst. Zeig dein Talent jetzt. Ich mach's mit dir einen Intelligenz-Test. Die Frage ist einfach, du schaffst das bestimmt. Die Chancen liegen bei 50 Prozent. Für die richtige Antwort bekommst du ein Busser. In was für einer Hand ist das Nusser? Und nach längerem Hin- und Her-Bert? Hat er die Nuss in der Reißen? Es gibt viele, die in dieser Krise gerade Beeindruckendes leisten. In Krisenzeiten zufrieden in der Beziehung bleiben. Beziehungsweise lieb zu sein, anstatt viel zu streiten. Bleib liegen, kraule deinen Bauch. Aber bitte bleib zu aus. Bitte bleib zu aus. In Krisenzeiten zufrieden in der Beziehung bleiben. Beziehungsweise lieb zu sein, anstatt viel zu streiten. Bleib liegen, kraule deinen Bauch. Aber bitte bleib zu aus. Bitte bleib zu aus. Hundert Jahre nach der Krise warten Schlangen vom Museum. Alle pilgern sie nach Wien, um die Ausstellung zu sehen. Um nachzuvollziehen, wie Menschen sich die Zeit vertreiben, wenn sie zu Hause bleiben. Fotos von Katzen, Fotos von Klopapier. Fotos von Menschen, die am Balkon musizieren. Fotos von Yoga und Skype-Konferenzen. Fotos von Tänzen in einer eigenen Gebäden. Also schickt doch ein Foto zur Dokumentation an. Wien2020 at Wienmuseum.com Und jede Woche gibt's neue Rap-Ups vom Scheibster. Das ist dann unser Beitrag. In Krisenzeiten zufrieden in der Beziehung bleiben. Beziehungsweise lieb zu sein, anstatt viel zu streiten. Bleib liegen, kraule deinen Bauch. Aber bitte bleib zu aus. Bitte bleib zu aus. In Krisenzeiten zufrieden in der Beziehung bleiben. Beziehungsweise lieb zu sein, anstatt viel zu streiten. Bleib liegen, kraule deinen Bauch. Aber bitte bleib zu aus. Bitte bleib zu aus.